Pro und Konter diese Woche mit eigentlich allem, was das Sporthherz begehrt. Mit Fussball. Wir reden ein bisschen über die Nazi und über die Deutschen. Wir reden über Eishockey, wo es recht hoch hergegangen ist am Wochenende. Auch vor allem nach dem Pfiff von den Scheidsrichtern und über die Formel 1, wo es selber braucht Zeit lang. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit Emanuel Gysi. Völlig unbeindrückt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen hat, der noch etwas erklären kann. Pro und Konter. Da sind wir. Sind wir? Sind wir. Hallo. Freutag in die neue Woche. Montag, wir zeichnen auf und lassen gleich los. Ich würde sagen, es ist so viel passiert am Wochenende. Also es ist ja eigentlich unfassbar. Man muss richtig abgrasen. Ich habe es fassen können. Ja. Schlussendlich schon. Es ist mir auch so gegangen. Eben. Am Schluss kann man es ja dann gleich irgendwie prozessieren. Aber, was ich festgestellt habe, ich habe gestern Sonntag gearbeitet. Durch den Tag. Und habe mit Freude festgestellt, es ist jetzt, wenn wir, wenn wir leicht irritiert tönen, liegt das daran, dass es in dem Moment, wo wir angefangen zu reden, plötzlich angefangen hat, rumpeln, entweder im Raum neben oder oben dran. Das ist nicht ganz klar. Wir hoffen, dass die Aufnahmen nicht weiter beeinflussen. Aber, ja, wir kämpfen uns durch. Und sonst sieht man wieder mal unter welchen schier unmenschlichen Bedingungen, dass wir da Woche für Woche an diesem Podcast zu schaffen. Also, was gestern sehr erfreulich war, dass das Formel-1-Rennen so früh am Tag war, am Sonntagmorgen, am 5 Uhr, war eigentlich der Tag wie lanciert. Du hast dann schon erste Röntgenberichte gehabt, nachher eine Analyse bekommen. Dann die Frage, spielen sie jetzt Hockey oder nicht? Äh, Hockey, blöd. Hockey sind zwei gespielt. Fahren sie Ski oder nicht? Natsi konnte man noch besprechen vom Vorabend. Also, da ist einiges Spotten gewesen, obwohl durch den Tag, durch was ist noch gewesen? Velorennen. Bei der SRG hat man dann hat man dann schauen, die haben recht glitten darunter, dass Skirönner nicht stattgefunden hat. Dort haben sie dann irgendwie Volleyball-Playoffs gezeigt und noch irgendetwas. Wettmurmeln. Nein. Es ist dann irgendwann noch ein Doku über einen Wasserspringer reinkommen. Also, Verlegenheitslösungen. Ja, man muss ja, also grundsätzlich ist es gut, wenn die alle eine Plattform bekommen, die Athleten. Ja, ja, gut, man recht. Aber gewartet haben wir nicht. Da fehlt mir den Mut zur Lücke. Und auch bei einem Fernsehsender, was ja heute nicht mehr geht, einfach mal sagt, jetzt senden wir drei Stunden lang das Testbild. Das habe ich früher immer noch gerne gehabt, das Testbild. Schau. Gibt es nicht mehr. Ist das das Farbige, ist das das Bunte gewesen? Rang und Traktande gefallen. Ja, es hat natürlich schwarz-weiss Zahlen, feine dicke Linien und Farben, logisch. Und du hast feststellen, ob der Fernseher noch gut funktioniert. Das ist heute fast nicht mehr möglich, weil es läuft immer etwas. Gott sei Dank. Jetzt nicht unbedingt noch Kritik sein, aber es ist anders. Wir tragen ja durchaus auch unseren Teil dazu, dass das so ist. Wenn man will, dass es anders wird, muss man anders wählen, hat der Mani-Matter gesagt. Ist der Mani-Matter-Tag heute? Ist der Mani-Matter-Tag heute. Jeden Tag muss der Mani-Matter-Tag sein. Das finde ich eigentlich auch. Jeden Tag. Eine Chanson vom Mani-Matter-Losen. Er tut gut, er frisst und macht Laune. Absolut. Jetzt sage ich das. Im Gegensatz zu Fussball-Nazi, wo man hat müssen gehen, was man für Themen abgrasen kann. Der Chaka wieder einmal etwas gefunden hat, das seiner Meinung noch nicht geht auf dem Fussballplatz, wo er aber die ganze Zeit macht. Schon erstaunlich. Der Interpretationsspielraum, wo man sich da zum Teil gönnt. Also aus nichts irgendetwas machen ist eine Kunst. Aber wie erklärst du so ein 0-0? Es ist eigentlich nichts passiert. Ich habe vorher schon gedacht, erwartet man da nicht ein bisschen viel, weil es sind Testspiele und die haben alle noch zu tun in ihren Clubs. Also dass sich die jetzt schon auf DM vorbereiten, das glaubt wohl keiner. Das ist nicht in den Köpfen, wenn man da jetzt erwartet, dass die grosse Korrektur kommt nach dieser mehr als lamentablen Qualifikationsphase. Zwischendurch ist nichts passiert. Es hat zwar geheißen, die Spiele schauen wir dann alle noch ganz genau an vor dem nächsten Testspiele, das wären jetzt die gewesen, aber ich würde mich jetzt aus dem Fenster lernen, sagen, nicht einer hat die Qualifasen, die Spiele, wo man irgendwie das Gefühl hat, da geht gar nicht mehr, richtig und ich wüsste auch nicht, warum. Da bist du nahe beim Nationaltrainer Murat Yakin, der sich auf den Standpunkt stellt, dass es eigentlich eine Resultatkrise war im Herbst und man eigentlich sich problemlos lockerer hat, hat sich qualifizieren. Ich würde schon sagen, dass es dort Resultate hatte. Also ein 3 zu 3 gegen Belarus zum Beispiel sollte es einfach nicht geben als Schweizer Fussballnationalmannschaft. Das ist jetzt aber vorbei und du sagst natürlich etwas, was völlig korrekt ist, natürlich hat, also wenn du den Granit Xhaka ansprichst, wo man nachher die Szenen schon noch aufdröseln konnte, natürlich hat er anders im Kopf im Moment als die Nationalmannschaft und ganz viele andere Spieler auch. Also eigentlich ist es ein denkbar schlechter Moment, um Länderspiel auszutragen. Wieso macht man das denn? Also ein Spurt steht an, ja irgendwann muss man, wahrscheinlich liegt so dem. Aber gleichzeitig hat man mit den Nazi nach dem Herbst dann eben gleich nochmal, also würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich schon auch auf Verbandseite das Bedürfnis an etwas zu schaffen, etwas ausprobieren können, auch irgendeine Trendwende herbeiführen. Also die Stimmung in der Fussballnation ist dann tatsächlich auch nicht mehr so sensationell gut gewesen, nachdem man sieht, wie man sich dort ins Ziel geschleppt hat in dieser Qualifikation. Dann am Schluss noch die Niederlage gegen die Rumänen, also wo man wirklich muss sagen, okay, das ist im Endeffekt, jetzt, Herr Kessler versucht, jetzt da gerade den Lärm, den er gemacht hat, auf die, die aussen Sachen rumschieben, zu schieben, aber dabei der Erde ist durch verschoben, mit relativ grossem Getöse. Sesselrücken im Gang im Ausringen. Carlo nachher entscheiden, ob er das auszuschneiden oder nicht, aber, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, natürlich ist es auch darum gegangen, jetzt ein gutes, ein wohliges Bauchgefühl vor dieser Euro herzustellen, weil ich glaube, das ist schon ein Thema und der Herbst einfach nicht gut genug war, aus Sicht von einer ambitionierten Fussballnation, wenn man in dieser Gruppe nicht die unentscheidene Serie herleitet, das ist sicher nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und jetzt muss man gleichzeitig sagen, es ist ein komischer Moment in der Saison geschenkt, es ist wahrscheinlich das Wichtigste in diesem Match am Samstag gegen Dänemark einmal die Null zu halten, weil man eben tatsächlich gegen Belarus zum Beispiel drei gegen Goal kassiert hat, also irgendwie nicht solide oder seriös war in den entscheidenden Moment und jetzt ist nach vorne noch ein grosses Feuerwerk abgeräumt worden, da müssen wir uns jetzt überlegen, was das bedeutet. Absolut. Ich finde es einfach ein bisschen komisch, dass man immer alles von den Bedingungen abhängig macht. In der Qualifikationsphase sind es dann plötzlich Gegner gewesen, die hinten reingestanden sind, dann müsste man vielleicht einmal sagen, ja gut, das ist schwierig für uns, dann gibt man es zu. Wenn die Gegner hinten reingestanden, die Argumentation, ja es ist einfacher für uns, wenn der Gegner mitspielt, dem halte ich dann entgegen, dass Portugal ja auch mitgespielt hat, also es ist das Achtelfinale. Sehr gemein, an der WM. An der WM muss man die Spieler vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also für die geht es wirklich darum, qualifizieren für die EM und nachher bei der EM das Bestmögliche rauszuholen, was dazwischen läuft und wie es zustande kommt, ist auch eigentlich egal. Nur, so tickt die Welt nicht. Man will in jedem Spiel eine grandiose Leistung sehen, nicht nur qualifizieren, sondern auch noch mit spielerischem Glanz, es muss brillant ablaufen, muss jeder Gegner klar schlagen. Nur, das hat man jetzt auch nicht gemacht. Also die Dänen haben ja die gleichen Bedingungen. Da hat es auch viele Spieler dabei gehabt. Hat man gesehen, wenn man die Premier League schaut, dann erkennt man den einen oder anderen wieder. Also die haben dort auch noch zu tun und die Ziele zu erreichen. Also gehen die auch nicht auf die Dutti. Darum finde ich die Testspiele, die man ja eigentlich mal abgeschafft hat im Fussball, das zu Recht und die Nations League gemacht hat, wo ich nicht finde, dass es die beste von allen Lösungen ist. Aber immerhin hat man etwas versucht. Testspiele im Sport, das fühlt sich auch wegen der Strich bürstet. Also entweder geht es um etwas oder man macht es nicht. Finde ich richtig. Darum sind Testspiele. Geht dann von der WM Murat Yakin sein System offenbar, damit die möglichen, nein, die sicheren Gegner, die man dann hat in der Round Robin oder wie man den mal sagen möchte, dann sehen, was man macht. Oder ist das eh ein offenes Geheimnis? Ich weiss es nicht, aber... Gut, du musst eine Sache mal ausprobieren, oder? Und weil es der Fussball ist, ist die Aufmerksamkeit sehr gross. Ich meine, wenn du den letzten Herbst ansprichst, würde ich sagen, natürlich, und das ist ja auch etwas, das letzte Woche mit dem Valum Berahmung geschmackt, der gesagt hat, er könne sich an jedes Endrundenspiel detailliert erinnern, bei gewissen Qualispiels sei es nicht so, weil es einfach eine andere Bedeutung hat als Spieler. Ich glaube, das ist ein fairer Punkt, gleichzeitig man muss es ja nicht immer gleich mit Glitter und Lametta machen, die Siege, aber so eine Qualifikationsphase soll ja dann auch dazu führen, dass man Erwartungen entsprechend formulieren kann als Turnier und wenn man in der Qualifikationsphase die eigenen Erwartungen schon, naja, gerade so knapp erfüllt, also ich meine, man hat sich qualifiziert und wenn man am Schluss kurz noch einmal hat müssen, schauen, ob es dann reicht und es doch recht Getöse gegeben hat, also ich meine, das muss man jetzt einfach vielleicht schon noch einmal sagen, also die Dissonanzen zwischen Führungsspieler und Trainer, zwischen Pierre-Louis-Citami dem Nazi-Direktor und dem Murat Yakin, wo der Dami, ja, ich würde sagen, recht unfein dem Yakin öffentlich das Vertrauen entzogen hat, also kann man sich auch fragen, ist das eine schlaue Kommunikationsstrategie gewesen oder nicht, wo jetzt die Kehrtwende gekommen ist. Kehrtwende? Ja, selbstverständlich. Wo? In der Kommunikation. Ah, in der Kommunikation. Ja, selbstverständlich. Aber an den Umständen hat sich eigentlich nichts geändert, wir haben, der Winter ist passiert, doch, das ist, eine Jahreszeit, wo vorüber ist, ja, aber der letzte Eindruck war, lamentabel, man ist durch die Qualifikationsphase, mehr schlecht, dann recht, hat sich aber qualifiziert, was mir reicht. Gut, aber nachher ist nichts mehr passiert und jetzt plötzlich ist der Yakin in einer anderen Position, das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt, wenn nichts passiert, wie können sich die ganzen Rahmenbedingungen ändern, das verstehe ich nicht. Er ist in einer anderen Position, weil er offensichtlich verbandsintern relativ stark gesehen wird, grundsätzlich, also ich meine, es hat Stimmen gegeben und gefordert hat, dass er im vergangenen Herbst, Winter soll ersetzt werden, dass er gar nicht erst an die Euro soll gehen. Dami hat in seinen Aussagen, die Interpretation, es war nicht mehr viel Spürung, dass er dort auch sich das sehr gut hätte vorstellen können. Ich glaube, so kann man es sagen. Und jetzt steht trotzdem Pierluigi Dami dort und sagt, Murat ist unsere Nummer 1, wir würden gerne mit ihm weitermachen, nach der EM, das ist für mich klarer Kehrtwende. Aber das finde ich komplett falsch, weil der Nazi-Direktor muss ja handfeste Argumente vorbringen können zu so einer Aussage. Wir bezweifeln die Yakin aufgrund der Leistungen, in dieser Qualifikationsphase. Nachher passiert nichts und plötzlich steht er in einem anderen Licht und ich frage mich aufgrund von was denn. Also Leistungen konnte er ja keine erbringen dort. In der Zwischenzeit. Ja, zwischendurch. Das Letzte, was man weiss, ist nicht gut, aber das hat man sich irgendwie auch selber eingebrockt. Also wenn man schon sagt, du musst dich qualifizieren und dann bist du unser Mann, dann finde ich, ist es nachher irgendwie verkehrt, wenn man dann aber drauf schaut, wie hat man sich dann qualifiziert. Da hat man sich ein bisschen in die Bredouille gebracht, habe ich das Gefühl, mit nicht sehr geschickter Kommunikation, und das geht um das Ihnen, was du jetzt eben gesagt hast, mit der Kommunikation hat man sich ein bisschen vertue. Und da habe ich jetzt den Eindruck, jetzt rudert man ein bisschen zurück und will der Yakin strategisch stärken, damit die Nazi Ruhe kriegt. Das ist alles gut und recht. Ich glaube es einfach nicht, weil für mich hat der Yakin nichts anderes gemacht, als er vorgemacht hat. Dort hat es geheissen, Zerwürfnisse mit Führungsspielern, vor allem mit dem Tschaka, lässt die nicht auf dieser Position oder diesen Positionen spielen, wo es eigentlich am besten zur Geltung kommen. Beim Schär habe ich mich gefragt, ich schaue sehr gerne und auch auf die Premier League, ich gebe zu, die Bundesliga weniger, der Rest sowieso nicht so intensiv. Und da sehe ich den Schär eigentlich sehr gerne und sehe ihn auch als sehr starker Verteidiger. Ah, und da haben wir schon gefragt, ist es möglich, dass man so einen in der Nazi nicht zur Geltung bringt oder nicht zu einer Wirkung bringt, der dem gleicht, was er im Club macht. Ist schon noch Kunst? Kunst? Das ist sicher eine berechtigte Frage, absolut. Also, zum vielleicht am einen Ort einhängen, das werden natürlich beim Verband die Leute sagen, natürlich ist etwas passiert zwischen Winter und jetzt. Nein, man hat nämlich das besprochen, was ist schief gelaufen, was muss man ändern. Man hat den Assistenten austauscht, wo man jetzt immerhin sagen kann, wenn es noch gab, der bisherige Assistenztrainer ist nicht ein Jackin-Mann, also der ist schon im Verband gewesen und er hat ihn dann übernommen. Mit dem Contini ist jetzt jemand da und da hat man auch länger gebraucht, bis man ihn gefunden hat. Das ist nicht so, dass die Wahl jetzt mehr oder weniger zack am nächsten Tag festgestanden ist. Also man hat sich da, man kann es jetzt so oder so lesen, man hat sich Zeit lassen oder man hat lange gebraucht, bis man jemanden gefunden hat, der sagt, okay, mach das bis im Sommer, ist auch eine kurze Zeit. Für den Job jetzt hat er einen Mann, den er auch schon mit ihm zusammen gearbeitet hat, in Luzern, sind ja das Trainerteam. Aus Verbandswicht kann man schon argumentieren, es sind jetzt gewisse Sachen angepasst worden. Granicacca hat jetzt die Position gehabt, wo er hätte wollen, gegen Dänemark. Dänemark haben dann gefunden, gut, dann stellen wir jetzt Zweiten um die rum, wenn es irgendwie geht. Also sie haben relativ gut aus dem Spiel genommen, muss man sagen. Also aus dem Spiel genommen, sie haben das Leben schwer gemacht. Unter anderem mit dem seltsamen Tritt in der, was ist es gewesen, in der zweiten Halbzeit, das Thema, die du am Anfang angesprochen hast, wo ich jetzt gar nicht so dramatisch gefunden habe, also in keiner Richtung, der Tritt, so wie es aussieht, auch in der Bühne, wo ich bis jetzt gesehen habe, dass es in Richtung Bau geht, muss nicht sein, gibt es aber etwa die Reaktion vom Chaka, habe ich jetzt in der anderen für sich relativ harmlos gefunden, hat er mal gezeigt, dass einer mit Feuer dabei ist, dass es eben nicht einfach ein banales Testspiel ist, die nicht interessiert. Ja, aber da geht immer nicht dasselbe rein, dann geht es immer gerade um den Respekt, man bringt immer nicht den nötigen Respekt entgegen, das ist ein bisschen die Kernaussage dahinter, was völlig lächerlich ist, natürlich war es eine Aktion, die sehr viel mit Fussball zu tun hat, genau um das geht es, das sind die Spiele, die dahinter sind, und das muss er einfach schlucken können, das ist lächerlich, das Geschwafeln vor Respekt, ihn respektiert man genauso wie jeden anderen, und wenn er ein Seichen ablässt, dann ein bisschen weniger, und wenn er mir meistens wirklich tolle Leistungen bringt und ein dominierender Spieler ist, dann ein bisschen mehr, für ihn ist das immer so, das führt bei ihm zu wahnsinnigen Ausschlägen, oder bei den Emotionen, aber er braucht das scheinbar, und solange er Führungsspieler ist bei der Nazi, dann muss er aber auch mit der Kritik leben, wenn er sich irgendwie auf den Test rauslässt. Aber es ist ja wieder herzig, Dennis Zakaria sofort herbeigeilt, und hat geschaut, dass da nicht schlimmere Sachen passieren können. Das ist ja schon in der letzten, was war es gewesen, an der WM, gegen die Serben zum Beispiel, es gab ja eine ähnliche Situation, also nein, kann man nicht sagen, es war nicht eine ähnliche Situation, deutlich aufgeheizter war logischerweise, aber dort auch, ich glaube der Embolo war dort, der sofort zur Störung war, um ein bisschen wichtigen helfen und irgendwie wegzubringen. Also man ist teamintern definitiv sensibilisiert, dass da manchmal Gemüter hochgehen. Spricht er denn eigentlich für die Mannschaft? Die Serben treffen wir zum Glück nicht. Die treffen wir dann nächst im Herbst wieder. Ja gut, das ist aber noch weit weg, aber bei der EM nicht. Ich glaube, ich habe gelesen, die Engländer treffen auf die Serben, man spielt die Engländer Spantuff, hat mit dem aber nichts zu tun. Aber was mich noch schnell interessiert, der Shakir war auch beleidigt, dass er nicht gespielt hat oder nicht von Anfang an gespielt hat. Er war beleidigt, aber er nicht von Anfang an gespielt hat. Irgendein Zerwürfnis, ja. Gut, hat vielleicht mit dem Auftritt zu tun, als er mit einer blauen Handtasche. Dass der Jaki gesagt hat, nein, nein. Nein. Hast du das Gefühl, das ist Modepolizist? Eigentlich finde ich es noch lustig. Ich bin auch dagegen, dass man Modepolizei spielt. Grundsätzlich, es gibt ja solche Leute, die sagen, ab 12 Uhr darf man keine Mütze mehr oder was, diese Schuhe gehen nicht mehr. Alles crap, muss ich sagen. In der heutigen Zeit darf jeder zum Glück machen, was er will und anlegen. Ich darf auch mit 60, mit einem Trottinette rumfahren, alles wunderbar. Nur etwas geht nicht, eine blaue Handtasche. Ist so ähnlich gut? Nein, das ist, das ist, einfach unnötig. Das ist eine Provokation. Von wem? Also offensichtlich von dir? Aber Shakiri hat ja nicht einen Modengeschmack, wo man sagt, da lässt sich irgendeine Stilrichtung erkennen. Das ist eine eklektische Zusammenstellung von allem Möglichen, die man als Modenstil bezeichnen kann. Es muss einfach möglichst teuer sein. Das muss man sehen, dass eine Marken ist. Experte für Mode, Design und Labels haben sofort erkannt, dass die Tasche 4'000 Franken kostet. Was dann bei uns noch lustige Diskussion zu Tage befördert hat auf der Redaktion, 4'000 Franken für eine Handtasche spinnt, dann ist das ein Klecks. Es geht nicht darum, dass er nicht mehr genug Geld hatte, um in die Handtasche zu tun. Womit wir bei einem Animater-Lied wären. Genau. Das wäre ja noch lustig gewesen, wenn er dann, also für ihn nicht, aber wenn das Mani Water-Lied irgendwie, wie heisst es eigentlich, ich weiss es gar nicht, wenn er ein Gabatrückli auf alle Fälle, und ich als Kind eigentlich nur gelehrt, was das ist, wegen diesem Lied, wo er das Portemonnaie kauft und dann kein Geld mehr hat, um reinzutun, weil das Portemonnaie so teuer war. Und darum hat er es. Lieber ein Gabatrückli gekauft, irgendwie so ist es gegangen. Meine ich glaube ja. Auf VV, weiss ich nicht, heutzutage hat der moderne Mensch sowieso Kreditkarte hauptsächlich und braucht eigentlich gar nicht so. Die Frage ist ja, was ist in diesem Handtäschlein? Jetzt mal rein als rot-grün Blinde und auch anderweitig Farbe sehr schwache, wage ich mich selbstverständlich bei so Themen nie wirklich aus dem Busch. Wir reden später noch über rosa-rote Trikots später in dieser Sendung. Das ist für mich immer gefährlich, weil die Chance sehr gross ist, dass ich mich selber überlöpfe. Farbzusammenstellungstechnisch aber also wenn ich im Shakir seinen Modestil anschaue, habe ich das Gefühl, er passt sich einfach an in dem, was im Weltfussball trägt. Oft nicht. Ich weiss es nicht, so genau schaue ich mal nicht her. Ich sehe es dann vor allem unsere Nazi-Stars, wie sie alle heissen, zusammertrommelt werden, wo man dann immer sieht, mit welchem Auto das kommt. Mittlerweile kommen sie glaube ich mit den Sponsorenautos, also sie fahren mit Privatautos bis zu einem gewissen Punkt, dort werden Sponsorenautos verteilt und mit denen fahren sie zum Hotel, wo sie auftreten müssen. Und dann sieht man natürlich, was so jemandem wert ist. Also die Auftritte mit den Handtaschen zum Beispiel, die inszeniert man, das ist kein Zufall, also man sucht sich es aus, ich werde fotografiert, ich weiss es, jetzt muss ich so und so auflaufen, werden die eigentlich noch gezahlt? Also hat der Shakiri zum Beispiel einen Sponsorenvertrag mit der geschmacklosen Abteilung von Louis Vuitton? Gibt es eine geschmackvolle Abteilung? Was wäre meine Gegenfrage? Ursprünglich glaube ich schon. Die Marke ist ja eigentlich wie auch zum Beispiel BMW und Mercedes als Automarkt mehr oder weniger in Schmutz gezogen worden, aber wird missbraucht von einer gewissen Klientel, die man dann in eine Ecke stellt. Aber Louis Vuitton machen ja einfach Taschen mit ihrem Logo drauf. Das finde ich nicht wahnsinnig. Aber die haben schon noch andere Accessoire, die früher als Accessoire einfach denen vorenthalten gewesen sind, die sich eher weniger fotografieren lassen wollten. Das hat man einfach quasi dezent getragen, das war ja auch möglich, obwohl man das Logo sieht und zwar schon von weitem. Besitzest du etwas von Louis Vuitton? Nein, ich besitze nichts von Louis Vuitton. Das teuerste, was ich besitze, ist sowieso ein Rennvelo und das war auch nicht sehr teuer. Das ist das teuerste, was du besitze? Ja, ich habe ein Fahrzeug, aber das besitze nicht, das ist aus Bequemlichkeitsgründen geliesst, dann muss ich nämlich nicht mit heim nehmen. Kaufausrüstung weniger wert als dein Ja, in einem ganz billigen Sack und uralte Eisen. Ich erinnere mich bitte nicht an das Golfspielen und erinnere, sonst fällt mir gleich wieder ein, dass ich es nicht habe. Wo waren wir? Jack Fieri. Völlig ein Nebenschauplatz, den du hier aufgemacht hast. Eigentlich soll es ja um seine Leistung auf dem Platz sein. Nein, dir geht es gar nicht um seine Leistung auf dem Platz. Schwierig. Ja, er ist ja dann reinkommen und ich finde, man merkt, wenn er auf dem Platz ist, merkt man das, weil er ist am Schluss gleich der Mann für die speziellen Momente, wo er irgendetwas aus dem Fuss schütteln kann. Jederzeit hat jetzt logischerweise keine durchschlagende Wirkung erzielen können am Samstag, aber es hat so ein, zwei Situationen gegeben, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt hat nicht viel gefehlt und dann hätten wir etwas rausgespült, das wir vorher nicht rausgespült haben. in dem Spiel. Ja gut, er kann etwas, was alle anderen nicht können und vor allem auch nicht wollen. Also er ist ein integratives Element, also in einem System kannst du ihn wahrscheinlich nicht mehr pressen. Der spielt dort in einer Liga, wo man... Aber als Alleinunterhalter ist es natürlich Gold wert. Ja, unberechenbar für alle, die auf dem Platz stehen, also auch für die Eigenmannschaft, was auch sehr gut sein kann, nur kann so nicht systematisch vorgehen mit so einem. Jetzt hat er die Qualität nicht mehr, dass er diverse Leute austrippeln und ihn auch noch durchziehen kann. Vielleicht einmal ein Schuss überraschend, eine Aktion überraschend, aber eher als Joker, als Stammkraft habe ich das Gefühl. Für das haben wir mittlerweile bessere Spiele. Ja, das ist die Frage. Murat Yakin hat in einem Ruben Vargas den Vorzug gegeben, eigentlich auf dieser kreativen zweiten Stürmerposition oder wie auch immer man die nennen möchte, die Position hinter den Spitzen, hinter dem Noah Oka vor, der einen ganz schwierigen Stand hatte. Jetzt kann man mit dem Vargas sagen, er hat nach hinten gut geschafft und das ist immer ein bisschen vergiftetes Kompliment, weil das zeigt, wenn man das hervorheben muss, dass nach vorne dann gleich nicht viel zusammengepasst hat. Was man jetzt sagen kann, ist, das System, man hat es nicht oft gespielt zuletzt, also eigentlich praktisch nie in dieser Form, drei Kette hat man letztes Herbst gespielt, nachdem man es ja unter Petkovic regelmässig gespielt hat, das kennen die, aber die offensiven Abläufe, die sind vielleicht noch nicht so, Dindo leidet dann möglicherweise ein Orgas darunter, das muss man ihm sicher zugestehen. Wie hast du eigentlich das Element gefunden? Gar nicht, weil ich gleichzeitig Hockey geschaut habe, man muss sechs laufen, Playoffs bei uns und ich bin dort ziemlich engagiert, also der Nazi-Uuftritt ist ein paar Meter links von mir oder rechts, hat zwar stattgefunden, aber im Detail hergeschaut habe ich gar nicht gehört, ich hatte wirklich keine Zeit. Ich habe zwischendurch mitgekriegt, dass nichts läuft, dass man eine Dutzende Parade vom Vogo als sensationelle Etate verkauft hat, die dann aber ganz schnell relativiert worden ist, als dann einer gesagt hat, Moment, Moment, nein, den muss er einfach halten. Ja, er hält den gut, aber wenn er ihn nicht hält, dann würde wir jetzt diskutieren, ist es blöd, wenn der Jan Sommer und Gregor kobbelverletzt ausfallen, können wir dann ein Problem über, von dem her, ja, gut gestreckt, gut gelöst, aber am Ende des Tages eine Parade, die glaube ich, allen einen guten Anspruch hat, dass er den hält, logischerweise. Aber jetzt, absolut. Also ich muss sagen, ich habe den Spur insofern interessant gefunden, dass er es ein bisschen gezeigt hat, was mindestens unsere Prinzipien sollen sein in diesem Sommer. jetzt mal davon ausgehend, dass man die drei Ketten zum System erhebt. Die Ndoi-Variante habe ich spannend gefunden, nach hinten zum Teil ein bisschen zuspannend, nach vorne das Element reingebracht, das war eigentlich ein offensives Element, das, ja, dann dachte der eine oder andere Überraschungseffekt hatte für den Dän, der hat im 1-2-1 verteidigen gegen Ndoi, der schnell und dribbelt stark ist. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Wir spielen ja schon gleich gegen die Iren. Wir spielen gegen die Iren und vor der EM haben wir noch Estland und Österreich und auf den Match bin ich dann sehr gespannt, weil die sind gut, mit dem Dank dem Ralf Rangnick, der dort eine völlig neue Kultur reingebracht hat, der auch als systemfester Trainer bekannt ist, der tatsächlich Taktik im Griff hat. Also der hat dort etwas geschaffen, ist aber noch weit weg. Ich wollte nur sagen, eben, schwierig für die Spieler in so einem Moment unter diesen Bedingungen etwas Relevantes zu erspielen, was man wirklich darauf bauen kann. Man muss vielleicht nachschauen, bei der EM hat man ja auch die Spiele, wo man sagen muss, gegen Ungarn und gegen Schottland, das werden nicht Gegner sein, die die Spiele machen, die werden auf Zerstörung aussehen. und dann hat man noch die Deutschen, also zweimal muss man gewinnen gegen Gegner, wo man das Gefühl hat, die hat man im Griff oder muss man im Griff haben und dann darf man einmal quasi selber draussen seiter sein, da bin ich gespannt, was einem besser liegt. Scheinbar die Favoritenrolle, die passt einem nicht, weil sonst wäre die Quali anders abgelaufen. Das werden ähnliche Gegner sein. Man sollte einfach nicht zu viel aus den Testspielen ziehen. Das ist vielleicht, was unter dem Strich bleibt. Also gut. Also gut. Weiter. Gut, dann wechseln wir die Unterlage. Wie ich schon angesprochen habe, es wird Playoff-Hockey gespielt. Ziemlich intensiv zum Teil, sogar zu intensiv. Die Serie Lausanne-Davos bzw. Spiel in Davos gegen Lausanne hat es vorher gegeben, Tim Bosa von Lausanne geprücelt auf einen, ein, der schon verletzt am Boden liegt. Und passiert ist wenig bis gar nichts. Also Tim Bosa ist nachher aufgrund des Regelwerks automatisch für ein Match gesperrt worden. Er hat in diesem Spiel zwei Spieldurchstrafen gefasst, die die Scheidsrichter ausgesprochen haben, wegen Brügler und Suckerpunch. Also ein Vorfall, der sehr hohe Wellen geschlagen hat. Es haben sich viele Leute mit diesem Thema beschäftigt und sind entrüstet gewesen. Es kann doch nicht sein, dass die Schweizer Hockey das zulässt, dass einer, der schon verletzt am Boden liegt, noch geschlagen wird von einem, der merken muss. Das kann ich bestätigen. Wenn man so Zweikampf merkt, schreibt man, ob der Gegner wehrlos ist oder in der Lage sich zu wehren. Schwieriger Fall, es ist ein Systemversagen scheinbar, das hat man mittlerweile herausgefunden, obwohl man muss berücksichtigen, dass in der eigenen Fälle natürlich alle die Schuld immer schön am nächsten zuschieben. Niemand will verantwortlich sein, aber tatsächlich haben wir das auch schon besser gelöst, muss ich sagen. Das System mit dem Staatsanwalt, der bei uns der PSO ist, also der Player Safety Officer, ermittelt und nachher hat man den Richter, das ist bei uns der Einzelrichter, der dann zu Urteil spricht. dort, in der Schnittstelle ist etwas schiefgegangen. Also, was die Irritation hervorruft, also der Bosan schlägt auf den Christian Necki, weisst du es, der finnische Verteidiger von Davos, schlägt auf den ein, wie du sagst, wehrlos, irgendwie, also es sind leicht verstörende Böder, wenn man nachher sieht, wie der Necki versucht aufzustehen und das offensichtlich nicht schafft. Das geht zu lange, da fragt man sich dann, das ist jetzt ein bisschen gemein, wo sind die Schweizer Richter da gewesen, sonst hat man im Moment das Gefühl, man geht sehr schnell dazwischen, der Zuger-Captain Jan Kovács kann das Lied davon singen, dass man irgendwie, überspitzt gesagt, permanent irgendwo einen Linienrichter an der Backen hat und jetzt da passiert wirklich etwas, also man muss sagen, sie sind abgelenkt mit einer anderen Keilerei, aber ja, hauptsächlich logischerweise, Tim Bosan, das müssen wir auch nicht diskutieren, also, wir müssen jetzt nicht den Schiedsrichter zum Hauptproblem machen, von dem muss er ablassen. Was ich nachher nicht verstehe, ist tatsächlich, dass jemand, der sich Player Safety Officer schimpft, in diesem Fall, in einem Fall, wo Player Safety dermassen eindeutig mit Füssen getreten, das ist das falsche Wort in diesem konkreten Fall, aber das Sprachbild stimmt schon, dass der dann sagt, ja gut, ein Spielsperr, ich hätte ja Spiel durch Disziplinarstrafe bekommen, und das Gleiche verdeckt ist, du hast es geschrieben, heute in die City und gestern online schon bei uns, das Gleiche verdeckt, wie zum Beispiel, wenn ich an Kovach die leicht am Linienrichter zupft, ohne, dass man dem in irgendeiner Form maliziöse Absicht unterstehen kann, also, da sind wir dann wirklich nicht im Bereich von Scheidsrichtern anlängen oder irgendwie Respektlosigkeiten oder so, das geht mir schon nicht in den Kopf. Nein, das geht vielen Leuten nicht in den Kopf und das finde ich auch richtig, das heisst, dann immer nicht Öpfel mit Bier vergleichen, finde ich bla bla, weil der Konsument, von dem muss man und soll man nicht verlangen, dass er das macht, sondern er sieht ein Produkt, Scheidsrichter sind nicht für alles Ärgernis, aber für viele, das liegt aber in der Natur der Sache, da muss man gar nicht näher drauf eingehen, die machen das eigentlich recht gut, in den Playoffs schauen einfach viel mehr Leute zu, das muss man sich bewusst sein, wenn dort etwas passiert, dann sind auch viel mehr Meinungen rum, wenn man dann sieht, dass die Lionsmen sofort eingreifen, wenn es eine leichte Schubserei gibt, sagen ein paar Leute, lassen doch die das machen, das wollen die Leute sehen, die wollen, das ist der Nervenkitzel wie beim Boxen, oder dort geht man und schaut, weil die Leute dann verprügeln, das erlebt man in der Regel hoffentlich im eigenen Privatleben nie, also ist es ein Schauspiel, beim Hockey geht es genau darum, das ist die Rauchseite, die faszinierten viele Leute, dort darf man aber nicht eingreifen, die muss man geschrien lassen, man muss sie kontrolliert geschrien lassen, das finde ich aber, das ist relativ gefahrlos bei so Schubsreihen, weil die Spieler hören bald einmal selber auf, wenn dann das Klima so angeheizt ist, wie jetzt in dem Spiel Davos-Lausanne, dass noch Frustabbau dazu kommt, dann müssen sie logischerweise eingreifen, weil es aber noch zwei Linesmen gibt und die meistens nicht die Statur von Holzfeldern, Metzger oder anderen schweren Athleten haben, die könnten eingreifen, fliegen die natürlich auch mit Zeugen umeinander, jetzt, man kann die natürlich nicht, ja, bei der Selektion sagen, wir nehmen nur noch Linesmen, die 1,90 Meter sind und 88 Kilo, die finde ich nicht, darum finde ich auch, sollen wir die Linesmen auch vor sich selber schützen, die müssen nicht immer sofort rein, wenn sie dann eingreifen müssen, bei Schlägereien, logischerweise, wenn es mehrere gibt, ist dann schnell einmal Endefeuer und das ist dort passiert und dann, ja, ist es halt schon noch an der Vernunft vom Spieler, dass er am Schluss merkt und er merkt, dass er noch wehrhaft ist und dann noch reinschlägt, das geht nicht, das ist klar. Jetzt rufen ein paar Leute aus, wieso machen er nichts, das Problem ist dort tatsächlich ein eigentliches Systemversagen auf der Ebene, PSO und nicht Einzelrichter, sondern PSO hätte ich zusätzliche disziplinarische Ermittlungen einfordern dort und das hat er unterlassen, weil er das Gefühl hatte, mit dieser zweiten Spieltauer plus einer Spielsperre ist es getan. Ich finde, man muss das System nicht grundsätzlich infrage stellen, aber man muss den PSO, wo die ehemaligen Spieler Gartner und McTavish sind, einfach sagen, worum es geht. Ja, es ist jetzt ein bisschen spät, oder? Und ich muss schon sagen, du hast mich hier vorhin aufgeklärt, vorhin darüber, der HCD hat noch Gelegenheit zum Rekurs einlegen, bis heute Mittag um 12 Uhr, was ein vorgesehenes sportjuristisches Werkzeug ist. Ich finde, man kann es sogar auf einem Standpunkt stellen, PSO macht Fehler. Aus welchen Gründen auch immer gibt er da die eine Spielsperre und befindet das nachher für gut. Warum macht denn der HCD Davos nichts? Also stellvertretend für den Rest vom Schweizer Hockey, wo man sich ja eher der Eindruck relativ einig ist, dass das jetzt zu wenig ist, von da rausgeschaut, an der Spürsperre. Ich sehe eine Denkweise dahinter. Man will dem Gegner kein Momentum bieten für irgendwelche komischen Fragen und Darstellungen. Das heisst, man will keine Argumente dafür liefern, dass man ihm die Gelegenheit bietet, sich zu motivieren durch irgendetwas. Ein ganz komischer Vorgang. Ich glaube, da überlegt man einfach zu viel. In dem Fall hat man von Seiten von Davos einfach sagen müssen, wir wollen, dass das normal angelockt wird und wenn ihr es nicht macht, machen wir es. Egal, wenn es dann nachher heisst, wir haben eigentlich gesagt, wir machen das nicht, wir wollen das Video Ping-Pong nachher, dann kann er returkutschen und so weiter. Aber in so einem Fall, wo es nicht um eine hockeyrelevante Szene geht, und das ist von mir aus nicht eine hockeyrelevante Szene, wie ein Jack, der schief geht und einer leider am Kopf getroffen wird, sondern das ist eine Szene, die sich einfach vermeiden lässt. So etwas macht man einfach nicht auf eine wehrlose einprügeln. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Moralkehule schwingen, aber irgendwo muss es einfach eine Grenze sein. Und dann darf man aber auch durchgreifen. Als Klopp, ich habe jetzt vom HCD erwartet, dass sie sagen, nein, wenn wir es nicht machen, dann müssen wir mit unserem Rekord dafür sorgen, dass das Verfahren eröffnet wird. Ich glaube, wenn das Verfahren eröffnet wird, dann reden wir nicht von einem oder zwei Spielen, sondern von mehr Spielen. Das muss dann schon greifen. Darum finde ich es so unverständlich. Der kommt jetzt mit einem Spiel davon. Das nächste Spiel wird sie am Mittwoch in Davos, wo er spielt. Wo er spielt. Also da setzt man dann vielleicht auch einen Spieler an gewissen Umständen aus, die nicht nötig wären. Ja gut, dort ist dann das Mitleid stark eingegrenzt. Der kommt ja nicht zu Schaden in irgendeiner Form. Da wird sich ein paar Pfiffe müssen anhören wahrscheinlich. und das gehört dann irgendwo dazu. Aber was läuft eigentlich zu Lausanne? Man hat das Gefühl gehabt, den schönen Ausdruck Banditenhockey, den müssen wir ad acta legen, weil eigentlich unter Geoff Ward ein sehr vernünftiges auch durchaus sehenswertes Hockey spielt. Und vor allem eines, der nicht auf diese dreckigen Aktionen basiert, welche Playoffs waren das? Mark Barbario kommt mir immer in den Sinn. Gegen Gerard Rove mit ZTC ist doch geschwungen. Kein Verbruch mit einem Wahnsinn. Es waren mehrere Szenen. Die nachher auf Russland ist, die folgende Saison. mehr oder weniger wegbefördert. Da musste sogar noch Sperrinnen absitzen. Ja, dort hat man gewusst, das hilft nur das System Gulag. Was ist jetzt in Lausanne? Rückfahrt? Cody Elmond hat sich auch noch so einen geleistet. Cody Elmond ist seit Jahren genügend Spieler. Er ist längstens nicht mehr. Er schleppt ihn aber trotzdem noch durch. Er ist latent immer ein Maustick. Er ist immer schon ein Verfechter von dieser Kultur gewesen. Also Auge um Auge. Und zwar lieber anfangen damit und nicht nur reagieren. Höchstens fragwürdig. Bozo hatte auch schon Szenen früher. Er hat sich gefragt, ob es ein bisschen an der Pultkontrolle fehlt. Ich habe mich selber dabei, wenn ich mich massregeln und sage, eigentlich haben wir es ja gerne, wenn etwas läuft. Es soll ja etwas laufen. Grenzen? Genau. Mir ärgert es dann, wenn das System nicht greift. In so einem Fall muss man sagen, es ist immer das Gleiche. Sobald in den Playoffs es ein bisschen ausfälliger wird, extremer wird, dann passiert genau das. Dann merkt man bald einmal, das System greift dann nicht. Im normalen Alltag greift es gut, aber jetzt greift es eben nicht mehr. Und das ist nicht gut, weil der Reflex ist nachher, dass man zu extremen Massnahmen greift. Dann heisst es plötzlich wieder, jetzt müssen wir aufhören, wir dürfen gar nicht mehr checken, das klingt jetzt absurd, aber solche Vorschläge haben wir schon gehört. Das wäre eben gar nicht nötig. Wenn man wirklich im Rahmen bleibt und Auswüchse entsprechend bestraft, müsste man nicht über diese ganz komischen Vorschläge diskutieren. Wir wollen ja, dass weiterhin körperliches Hockey gespielt wird, dass es ab und zu mal rustikal ist, dass es auch mal eine Keilerei geben darf. Aber man muss die Auswüchse bekämpfen, und zwar sofort, wenn es passiert. Das ist jetzt leider nicht passiert. Verlosen ist das auch nicht gut, abgesehen davon, weil jetzt werden die Schiezerrichter extrem auf die schauen. Wir haben ja in dem Spiel nicht nur Almend und Bosa Kass. Der Hügli war vorher mit einem Ellbogen von hinten an den Kopf und man sich auch fragt, werden die angestachelt, um solche Dinge zu machen? Der Verdacht wird laut. Da hatten wir den Setkatsch, den ich harmloser finde. Das ist blöd gelaufen, Knie- auf Knie- Check. Ausraster war kein Ausraster. Aber eben, es wird dann alles in einen Topf geworfen. Das wird Losa nicht gut. Da bin ich überzeugt. Die haben den Faden verloren durch die Ausraster. Da muss man schon selber Interesse haben, dass das nicht passiert. Was ich gar nicht verstanden ist, dass man noch Rekurs eingeleitet hat gegen die Spielsperre, die Bosa gefasst hat. Das hat Losa nämlich gemacht. Da müssen wir den moralischen Kompass haben und sagen, wir sind gut davon gekommen mit der einen Spielsperre. Aber mit dem Rekurs bedeutet es eigentlich, dass man es als falsch erreicht hat, dass er eine zweite Spieltour und somit eine Sperre gefasst hat. Also völlig verpeilt. Du hättest noch eine Anregung. Ich eine Anregung. Das ist keine Kritik. Als Anregung hat kein Anregung. Nicht als Kritik. Du hast schon angesprochen vor dem 1-Rennen Sonntagmorgen. Am 5. konnte man es glauben. aufzeichnen. Unser ehemaliger Sauberteam ist Kick Sauber Steak Sauber kommt nicht vom Fleck. Es tut einem weh. Sauber war immer eine Firma, die soliden Rennsport geboten hat. Jetzt wartet man auf Audi. Aber die Zeit ist doch noch wichtig. Es tut einem weh, wenn man sieht, wie die in dem Gurkengrün am Feld hinab auf die falsche Seite nachschleichen. Man müsste vielleicht etwas erfinden, um sich selber auf die Schippen zu nehmen. Ich weiss nicht, ob man es während dem Ernsteinsatz Touristenfahrten anbieten oder Sicherheitsgedanken ist ja nicht gefördert. Man ist so langsam unterwegs. Passieren kann nicht viel. Man kann anbieten, sitzen Sie in den Kick oder in den Sauber wenn man sagen will. Sie können live miterleben, wie wir überrundet werden. Sie können bei den Boxenstoppen, wo wir auch stressfrei abwickeln, es muss nicht zu schnell gehen, aus nächster Nähe und live miterleben, wie so ein Boxenstopp aus Fahrersicht abläuft. Angst muss man keine haben, passieren kann nichts. In der Regel wird man letzten am vorletzten, ausser dem... als Anregung und nicht als Kritik dame noch mal. In diesem konkreten Fall in Australien ist immer noch Herr Ocon hinter einem gelandet im Alpine. Gut, das ist vorletzte und vorvorletzte. Erstaunlich, dass es Renault fertig bringt, nach einer vielversprechenden Saison, ohne dass das Regelwerk wirklich drastisch geändert worden ist, plötzlich ein schlechtes Auto herzustellen. Williams geht es noch schlechter, die hatten nur ein Auto, weil man nicht zwei Chassis hat. Jetzt fragt man sich schon vor dem Hintergrund, dass man das Team Andretti ablehnt in der Formel 1, aber andere lasst man weitermachen, die offensichtlich Mittel nicht haben, um konkurrenzfähig zu sein. Anderes Thema, bis selber warten wir logischerweise auf den Einstieg von Audi, wo dann alles natürlich sehr rasch besser wird, logisch, aber jetzt ist es schon total weh. Also du hast den Boxenstopp angesprochen, das ist ja ein Thema, erklären wir das mal schnell, warum sind die so viel schlechter als die anderen? Gut, man steht schnell einmal auf der Seite der Mechanik, die sind einfach nicht schnell genug. Jetzt hat es natürlich nebst dem technischen Vorgang vom Reifenwechsel, das ist einmal das Einten, wenn man noch etwas einstellen muss, was dann passiert, wenn man Grundeinstellungen nicht sauber gewählt hat, das kostet schon mal Zeit, habe ich jetzt nicht im Detail im Kopf, man hat Vorderflügel permanent verstellen und so weiter weiss ich auch nicht. Aber wenn natürlich die Teile nicht sauberst ausgeschaffen sind, dann kommt es natürlich auch dazu, dass das Material nicht erstklassig ist, was den Mechanikern auch nicht hilft, aber da harkt es überall. Die Mechaniker sind ja nicht schlechter als die von anderen Teams, an dem kann es nicht liegen. Also wegen einer Flügelmutter wurde wieder nicht sauber angeschraubt oder er hat sich verhakt. Ja, aber das kann dann natürlich exakter und perfekter die Gewinde und was alles dazugehört ausgeschafft sind, was dann auch eine Qualitätsfrage ist, was wiederum eine Geldfrage ist, wird es natürlich schwieriger, diese zu behandeln, dass es sehr schnell geht. Das muss man schon sagen, ich nehme nicht an, dass es nur Mechaniker sind. Es klingt dann halt sehr schlecht, wenn man so langsam ist, einen Experten für Zuspitzung und Betreibung haben ausgerechnet, wie viel Zeit Kicksteig sauber diese Saison nur schon an der Box stehen verbracht hat, ich glaube mehr als irgendeiner von den anderen Fahrern in der ganzen letzten Saison. Das ist schlecht. Also ich meine, der Bottas ist, was, 28 Sekunden gestanden jetzt in Melbourne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also sprich, der, wahrscheinlich wäre er gar nicht so weit der Weg von den Punkten gewesen, wenn er, wenn er normale Boxenstopps hatte. hat, irgendwie in dem Fall, wie ist es gewesen, ist aus dem Schrauber raus, ist die Flügelmutter gekaut und auf die Strasse, also auf die Boxengasse rausgerollt. Also absurde Zustände. Irgendwie schon, ja. Also die bauen Autos, die man gut als umkehrte Flügel bezeichnen kann, also die Pressdruck entwickelnd, mechanischen Abtreiben entwickelnd, wo kein Mensch mehr draus kommt, aber einen Reifen anschrauben können sie nicht, das ist dann der Eindruck den man hat. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ungerecht, weil die Mechaniker am Schluss, die am wenigsten verdienen in einem ganzen Zirkus und am wenigsten dafür können. Man gibt kein gutes Bild, darum Humor reinbringen und irgendetwas versuchen, weil die Saison kann man nicht mehr retten, den Schaden nicht aufholen. Das Geld hat man nicht, man kann es auch nicht einsetzen wegen dem Budgetdeckel, den man zurecht hat. Also irgendein Problem muss man eigentlich immer mit Humor begegnen. Aber das ist einfach nicht der Modus. Ja, aber das wäre dann auch lange in zwei Jahren, bis zum Audi-Start. Ja, das sind einfach zwei Jahre. Ja, aber die gehen in der Regel lang. Sie kommen einem einfach länger vor, wenn man dermassen Probleme kompetitiv sein kann. Ich weiss auch nicht, was Audi schon machen dürfen kann. Das ist natürlich auch nicht im Interesse von Audi, dass man einen Betrieb übernehmen muss, der total am Boden liegt. Andererseits kann man dann dafür sorgen, dass es sehr schnell besser wird und sagen, ja, wir sind gekommen, jetzt tatsächlich wird es besser. Nur sauber ist immer für Qualität gestanden. Qualität war immer unzweifelhaft vorhanden. Der Speed nicht immer und bei den Fahrern bin ich auch nicht sicher. Ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen mutiger wäre. Und gerade beim Joe kann ich es verstehen, da hat es auch geopolitische und finanzielle Gründe, aber beim Bottas muss ich sagen, das ist zwar ein cooler Typ, das sind eh zwerge Leute in der Regel, aber ich glaube, da hat man schon die Möglichkeit, jemanden zu holen, der ein bisschen mehr Esprit hat. Apropos Esprit, die Deutschen und Franzosen sind sich, das habe ich mal sagen, angegurgelt gegangen, aber das sind sie nicht, dass sie sich um Fussbauplatz gegenüber gestanden. Am Samstag mehr oder weniger parallel zum Spiel der Schweizer Fussballnationalmannschaft, also man hat eigentlich super eine Dreiviertelstunde später angefangen, was mir sehr gut gepasst hat, weil mir das eine Gelegenheit gab, nach dem Abpfiff des Spiels der Schweizer Nazi überentscheiden und die zweite Halbzeit von Frankreich Deutschland, die in Lyon ausgetragen worden ist, zu schauen. Und, was habe ich gesehen? Was sagt mir das? Gute deutsche Mannschaft, 2-0 Siege. Man hat sich, ja, nicht gerade in den Rausch gespielt, aber das hat sehr gefährlich ausgesehen, das deutsche Spiel, nicht unbedingt die Liebli. Und zwar hat die Deutschen nicht einmal ihre Auswärtsliebli angekommen, die ja ganz viel zu reden geben, sondern ihre Heimshirts in Weiss und Schwarz, die aber so das schwarz-rot-gold in einem Farbverlauf auf dem Ärmel haben und aber auch, und das war mir nicht bewusst im Voraus, auf den Hosen so ein Streifen, der auch so aussieht, unfassbar hässlich. Noch einmal habe ich nicht gelesen, noch einmal habe ich nicht gelesen, ich weiss leider nicht, wo. Das sieht eigentlich aus wie die Liebli, wo man früher 30, man hat früher irgendwie 30 Nutella-Etiketten einschicken können, ob man so ein Fake-Nationalmannschafts-Liebli von den Deutschen bekommen hat. Das hat immer ein bisschen so ausgesehen. Das ist kein schlechter Vergleich. Also ich finde wirklich, Adidas hat schöne deutsche Liebli schon gemacht in der Vergangenheit, das gehört definitiv nicht dazu. Und ich weiss nicht, ob man das anschneiden will, Adidas wird in neuer Zukunft irgendwann gar keinen mehr machen. Also nicht für die deutsche Fussball-Nationalmannschaft. Genau. Aber zuerst mal zum Spöl, weil das war eigentlich sehr gefällig, nach 8 Sekunden das Goal, ausgeheckt vom Standard-Trainer, den wir jetzt lernen. Die Deutschen haben ja so einen Standard-Trainer. Ein Dän. Ein Dän, genau. Zwar am Schluss der Herr Wirz, der das Goal geschossen hat, Florian Wirz, Teamkollege vom Granit-Chaco in Leverkusen, der, man muss sagen, da hat sich ein Dän etwas überlegt und die Deutschen haben ihn sehr schön umgesetzt und er bereicht dann auch noch so, dass man muss sagen, hoppla, ja, hat sich schon Yvonne Vogome müssen strecken, wenn er den Aufs-Goal bekommen hat. Ja, und das war irgendwie der Startschuss zu einer sehr, für die Deutschen ja sehr mutmachende Partie, für die ist es wichtiger gewesen, dass sie jetzt einen guten Auftritt hatten, als bei den Franzosen, die heute in das Turnier reingegangen und wissen, eigentlich können wir es, wir müssen dann parat sein. Als Favoriten, ja. Der ganze Vorgang mit dem schnellen Sport, nach den Hockey-Playoffs, darf ich noch mal sagen. Ich habe einfach das Gefühl, Toni Kroos, das tut jeder Mannschaft, gut, ist ein Spieler, der auch viel Charisma mitbringt und halt etwas hat, was viele andere nicht haben, was wir Schweizer auch nicht haben, einer, der bei Real Madrid spielt, hat halt schon eine Ausstrahlung, wo, ja, da kommt verdammt viel, muss man sagen, und es hat sich bei den Deutschen auch Kritik gegeben, jetzt holt man Toni Kroos wieder, jetzt haben wir doch gesagt, wir müssen neu anfangen, ja, schon, aber der Nagelsmann hat sich jetzt gemerkt, dass mit dem Bayern-Block wahrscheinlich schon die Zeit durch ist, der ganze Bayern-Block, der Kern der Nazi sein soll. Den gibt es jetzt nicht mehr in diesem Zustand bei der Nationalmannschaft. Das finde ich gut, man hat Toni Kroos zurückgeholt und die haben ja auch gelächzt nach einer so Partie, wo es gute Gegner schlagen könnte. Natürlich auch da wieder nur ein Testspiel, aber wenn man sagt, uns hat es gut getan, ein einigermassen Rechtsspiel zu sehen, dann tut es den Deutschen auch gut, das sind dann unsere Gegner, also, ja, die sind jetzt mit Toni Kroos auf Einschlag auch viel besser und mit der Idee vom Nagelsmann jetzt wirklich mal etwas zu probieren und seinen Willen durchzusetzen und nicht auf Volksmeinung zu hören, wer da alles jetzt dazugehört. Wenn du das nämlich machst, hast du am Schluss keinen Spielraum mehr, dann hast du nur noch Spieler, die man mitnehmen muss, unbedingt, und niemand weiss eigentlich warum. selbst beim Neuer bin ich nicht überzeugt, dass das immer noch der beste Goal ist, das sie haben, ehrlich gesagt. Ich ehrlich gesagt auch nicht, wobei, ja, ich glaube, ein Neuer ausbote ist schwierig. Jürgen Klinsmann hat bewiesen, dass man so etwas machen kann, damals 2006, beim letzten Heimturnier, wo dann Jens Lehmann gestanden ist und das tatsächlich in Minne geändert hat. Keine Frage, hat er erst viel später ausgepackt, der Lehmann, wo er da ist es der Starnberger oder der Tegensee, ich weiss es nicht. An irgendeiner See im Nachbar ist es der Carport nachschisstier und dann vor Gericht gelandet ist der Wege. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt hat man mit Marc-André Tegensee eigentlich einen Goal, der auch Weltformat hat bei Barcelona gespielt. Mit dem Fuss finde ich im Neuer nichts nachsteht. Also hat dieser Mannschaft sehr gut getan mit seinem Auftritt. Also denen geht es ein bisschen wie uns, die haben kein Problem auf der Goal-Position. Hätten sie eigentlich nicht. Beim Neuer muss man einfach sagen, die hatten schon bei den letzten paar Turnieren immer wieder Probleme mit dem Neuer. Ja, Katar, das ist nicht überzüglich. Zwischen drinnen nicht, er war immer wieder verletzt, dann kam er gleich wieder. Mit dem Neuer verbindet man halt auch Erfolg aus der Vergangenheit und irgendwie nicht genug Mut, um endlich den Schnitt zu machen. Also die Deutschen haben ja genug gute Goali. Selbst wenn nach der Nummer zwei, drei hinter, dann haben sie immer noch einen Trapp von Frankfurt, der eigentlich auch Chance verdient hätte. Der Nübel spielt jetzt bei Stuttgart auch solid. Das war auch mal der Nachfolger gewesen, eigentlich designiert vom Neuer. Vom Neuer. Er hatte fünf Jahre zu früh ja. Das ist ein bisschen optimal. Ja, solange der Neuer rum ist, wird er immer noch von seinem Ruf profitieren und dass man das Gefühl hat, man darf ihn nicht antasten. muss man jetzt sehen, wie es mit ihm ja dann auch gesundheitlich aussieht, logischerweise. Ich glaube, der Nagelsmann wollte das Fass einfach nicht aufmachen, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar. Ich meine, eigentlich ist es absurd, wenn man sich die Namen anschaut, die in diesem Deutschlandkader stehen, dass man Angst haben musste, aus deutscher Perspektive, dass man kompetitiv ist, also kompetitiv im Sinne von eine Chance, um den EMT zu mitspielen in einem eigenen Land. Ich meine, wenn das durchgehst, du hast die Routiniers angesprochen, also der Kroos ist einer, der Ilkay Gündogan, der gespielt hat, der jetzt keinen grossen Match gemacht hat, aber in Barcelona gespielt, beim Han City gespielt hat und auch weiss, wie es geht. Und dann hat man aber ja die junge Generation DIN, also die Musialas und Wirzen von der Welt, also wirklich, dass die etwas können, weiss man. Jetzt ist die Frage, wie bringt man das hin, dass die in der DFB 11 tatsächlich auch das können, abrufen und vor allem, dass es im Zusammenspiel funktioniert. Kein Havertz plötzlich, seit er bei Arsenal spielt, funktioniert es auch. Gut, hat er noch hinter links spielen müssen. Unter dem Nagelsmann hat man ihn von dem wenigstens befreit und schon läuft es. Gut, der Nagelsmann hat das Moment am Zug stehen zuerst mal müssen schauen, was ist alles möglich, was geht nicht mehr und dann aber den Sauberschnitt machen. Die Leute hast du angesprochen, Musiala Wirtz, man hat schon vor zwei Jahren gewusst, dass die das können, aber man hat es einfach nicht zugemutet oder gesagt, nein, es ist noch nicht soweit, da stehen noch Leute vor ihnen, wieso? Nein, der Nagelsmann hat, dem sind noch nichts zu verlieren, der kann nachher in die Premier League, weiss nicht, von was die Deutschen träumen, wieso soll der über Jahre DFB-Trainer bleiben, das wäre ja sehr seltsam, sagen wir es so, ich hoffe, der verreist in die Premier League und übernimmt dort Manchester United zum Beispiel oder so etwas, würde dann auch gut tun. Aber endlich der Wechsel herbeiführt und da gehört bei mir der Neuer auch dazu, das ist immer noch so eine alte Last, finde ich. Das erinnert immer noch an den Frühener und die Deutschen brauchen einen Neuanfang. Jetzt wird man sagen, ja gut, wieso holt er den Kroos zurück? Der Kroos ist einmal zurückgetreten aus eigenen Antriebs, das bringen andere nicht fertig. Der Müller würde nie sagen, ich komme jetzt nicht mehr, der Neuer auch nicht. Aber der Kroos hatte die Grösse, weil er gedacht hat, da muss jetzt etwas ändern. Und weil die Trainer meistens nicht in der Lage sind, zum altverdienten Spieler einfach mal rauszukicken und zu sagen, hey, wenn wir neu anfangen, mache ich es halt selber. Das würde dem Neuer auch gut tun. Vielleicht ist der Kroos seinem nicht berufen werden zuvorkommen. Das ist ja dann auch noch möglich. Aber tut nichts zur Sache jetzt in diesem Kontext. Der seltene Qualität im Mittelfeld der Kroos immer noch, sonst wäre bei real nicht so eine wichtige Rolle spielen. Unbestritten und sorgt ja auch für unterhaltsame Interviews, wie wir uns erinnern, an den Champions League-Sieg, den man gegen Liverpool errungen und doch hat leiden und der Reporter in einem vom ZDF Dreistigkeit besessen hat, darauf zu weisen, dass es doch vielleicht ein Engspür war und auch in die andere Richtung kippen. Das fand er gar nicht lustig. hat uns an dieser Front unterhaltsame Momente beschert. Was ja spannend ist, bei den Deutschen ist, man scheint jetzt tatsächlich, du hast es am Anfang gesagt, die Bayern-Phalanx und auch Dortmunder-Phalanx übrigens, aufbrochen zu haben und recht radikal auf die zu setzen, wo es gut läuft, was eigentlich ein No-Brainer müsste sein. Leverkusen, wo drei Spieler auf den Platz geht, Andrich, Tha und Havertz ist nicht mehr dort. Der Wirtz. Ah, der Wirtz, natürlich, logisch. Er ist auch in Köln ausgebildet worden, das verdrängt mich dann. Die Stuttgarter, wo ein Mittelstädt plötzlich Linksverteidiger spielt. In Berlin haben sie noch Mittelmassstädt gesagt. Ja, offenbar reicht das schon als Nationalspieler. Und jetzt ist es in Stuttgart. gut genug. Dann ist die sensationelle Undav, die beste Geschichte überhaupt. Teil Einsatz hatte, Führich, Anton, gerade halb Stuttgart eigentlich zum Einsatz gekommen. Das hat doch Spass gemacht. Jetzt hoffe ich noch, dass Jan Niklas Beste von Heidenheim am Dienstag gegen Holland spielen. Standardspezialist. Super Fussbauer. Also ein ausgelutschtes Wort, aber ein Typ Strassenfussbauer. Bartträger. Und zwar wirklich so wie man eine Seite sieht auf dem Platz. An und für sich eine sehr unterhaltsame Figur. Also sehr erfreulich. Jetzt sind wir gespannt, ob es dem reicht. Für Tatsache für die Euro. Wie Leroy Sané oder so. Doch ich glaube dann ist er nicht mehr gesperrt. Dann darf er wieder mitmachen. Ja, mal schauen. Jetzt sind wir gespannt. Trikotgate und das lassen wir weg. Die Deutschen haben ja gleich kein Adidas Liebel mehr, sondern Nike. Also gleich in drei Jahre. Genau, das ist 27. Wenn du schaust, dass 70 Jahre Adidas gehabt hast, dann ist das natürlich furchtbar. Furchtbar gleich. Und die letzten Shirts, die Adidas macht, die sind rosenrot, lila-ish. Ich gebe zu, rot-grün-schwach. Ich kann doch das nicht beurteilen. Ich habe es einfach gerne, wenn Shirts eine gewisse Tradition pflegen. Auch wenn es zweite Liebelin ist, in Anführungszeichen. Machen doch beim Goli etwas verrückt, wie so Korchi-Campos-mässig, auch als Papageien-Outfit. Mir gefällt es darum nicht so. Ja, die Farbe an und für sich stört mich überhaupt nicht. Das kann sehr neckisch sein, wenn man das dann will. Die Frage ist immer, was man damit ausdrücken will. Die Farbe soll man irgendwie auch... Ja, man kennt es Sportpsychologie, Signalfarben, die gewisse Aggressivität ausstrahlen. Oder eben auch nicht. Das macht das Rosen-Trikot eher nicht. Aber vielleicht braucht man das gar nicht. Vielleicht lullt das der Gegner ein. Keine Ahnung. Wüste finde ich es nicht, aber ja, ich orientiere mich da gerne an den traditionellen Farben, die auf den Trikoloren zu sehen sind. Das gehört irgendwie dazu. Man stellt sich vor Holland. Ja gut, die brauchen auch zwei Zuliebchen, meistens weiss und das Orange sieht man dann gleich noch, aber die kommen dann jetzt hoffen, also ich würde hoffen, die haben glaube ich auch schon im blauen Liebling gespielt, mal eine orange Nummer und so. Jetzt ist es immer Teil von dem, während dem jetzt da das Rosen-Trikot nicht mehr viel hat, die bei den Deutschen und das erinnert, was mit ihren Farben auch aussagend. Ja, Adidas hat nicht so einen Lauf mit seinen Designs scheinbar nicht. Wobei, muss ich sagen, was man ja gehört, Schweizer Shirt, das ist ja schon rumgegangen, so ein Auswärtsliibli, auch blau-weiss sein, weiss-blau, wie skeptisch. Gut, vielleicht hat man da eine gute Idee, dass man bei dem ganzen, bei dieser Wappen-Affäre, die noch nicht lange zurückliegt, die Wappen, die man nicht bringen darf, einfach in eine ganz andere Richtung geht. Gut, dann machen wir halt rot-weiss auch nicht mehr. dann laufen wir weg. Keine Risikoin. Blau-gelb wie die Brasilianer. Ordnung und Fortschritt steht bei denen auf der Flagge, bei den Brasilianern. Machen sie im Alltag eigentlich auch nicht, aber immerhin steht es auf der Flagge. Endspurt. Machen wir. Endspurt. SC Bern, wo uns eigentlich das freut in den Playoffs, muss man sagen, mit Zugschritten, gehalten, ist jetzt plötzlich der Wüthrich Nummer eins. Ist das eine irre Goalie-Wende, wenn man ihm so gerne will, oder ist es bei den Goalien einfach nichts so, wie man es sonst kennt? Goalie sind ein bisschen voodoo, von Saison zu Saison extreme Schwankungen, zum Teil schwer vorherzusehen, ausser bei den ganz, ganz, ganz guten. Aber es gibt, mir kommt immer den Sergei Bobrovski in den NHL, Goalie von Florida, der, glaube ich, einen 800-Jahres-Vertrag unterschrieben hat und einfach jedes zweite Jahr sehr gut ist und dann wieder ein Jahr zum Vergessen hat. Hat man dann vielleicht die Vertragstour, ich glaube, es war zehn Jahre, hat man auf jeden Fall bereitet, nein, geht gar nicht mehr, auf jeden Fall, sehr lang, wahrscheinlich hat man einen 8-Jahres-Vertrag. Wüthrich zu Bern, ich glaube, profitiert davon, dass er ausgeruht ist. Letzte Saison musste er viel zu viel spielen, die Handel mit Daniel Monsato, der eine Art Mentor hat sollen sein, also ich glaube, auch ist, aber nicht so hat ihn entlasten können. Jetzt war er schon noch verletzt, das war sicher nicht erfreulich, aber er hat eigentlich im Raidenborn die wichtigen Pausen gegeben, selber gut gespielt in denen und man hat das Gefühl, sein Konkurrent ist jetzt vielleicht ein bisschen müde. Grundsätzlich ist es eine gute Geschichte, weil ein junger, oder ja, jung ist er nicht mehr, mit der Alterschweizer Goalie, er ist jetzt 6,20, der in den Playoffs starke Leistungen zeigt, das können wir ja eigentlich brauchen und ich meine, er hat es wirklich geschafft, dass Raidenborn, der Schwede, wo man eigentlich als Nummer 1 gehabt hat, jetzt zwar auf dem Matchblatt ist, aber auf der Bank war im letzten Spiel, Türchen aufgemacht hat, eine Ausländerlizenz hat man für einen Türchen öffnet, er hatte in Bern, das sagt etwas aus darüber, wie viel mehr als man sich jetzt für den Match von Güterich versprochen hat. Sind wir mal gespannt, aber nachdem Goalie es ja gut aus sind, vielleicht ist nächstes Wochen eins wieder anders. Ferrari hat Gunnar am Wochenende und hat dummerweise aber gewonnen mit dem Fahrer, der nächste Saison gehen muss. Ja, man hat einfach den falschen Fahrer entlassen, das ist ja so auf Kosten von Hamilton, die man geholt hat, von Mercedes, der nicht noch nach dem Rechten schauen soll, kann ich noch verstehen, dass er Lust hat, einmal noch Ferrari zu fahren, aber wie Ferrari auf die Idee kommt, den Siegfahrer, den sie haben, zu entlassen und den zu behalten, der schon oftmals beweisen hat, dass er nicht das Zeug hat, um eine WM kämpfen, geschweige denn, um wirklich regelmässig Rennen zu gewinnen, wenn alles glatt läuft. Ja, aber wenn es um den Kampf geht, hat der Sainz schon letztes Jahr in Singapur beweisen, dass er ein wahnsinnig schwieriges Rennen nachgebracht hat. Der hat einfach klasse, natürlich ist der Löttler ab und zu auf eine Runde in der Quali schneller, aber was nützt mir das, die Punkte werden verteilt in der Rennen und da ist der Sainz einfach der bessere Racer als der Charlie aus Monaco, ich weiss nicht, was Ferrari an dem sieht, aber ich finde es einen Fehler, vielleicht profitiert er dann Audi irgendwann von dem Sainz noch, zu sauber sollte er wahrscheinlich nicht, weil sonst wird er zum Touristen fahren, das will er nicht sagen. Audi sauber, Audi können landen ab 26 Uhr. Ski, Zermatt eine ewige Saga, was passiert dort? Noch nie ein Rennen gesehen dort, das durchgeführt wurde von A bis Z. Ja, unser geschätzter Kollege Marcel W. Perl hat gestern die News als erstes vermeldet, dass Zermatt nicht mehr auf dem Weitgebirkkalender steht für die nächste Saison, wenn es nach dem FIS Präsident Johann Elias geht. Ähm, ja, man kann gar nicht viel dagegen sagen, dass das so ist, weil man hat, wie du sagst, nie zu Rennen fahren können. Gleichzeitig ist es ein bisschen Ironie der Geschichte, dass es ausgerechnet der Elias ist, der das jetzt killt. Der hat nämlich unbedingt die Rennen wollen in Zermatt, hat darauf gehocht, dass man eben nicht zuerst im Europacup testet und mal schaut und dann irgendwann im Weltcup startet, sondern hat es ziemlich zügig gesagt, entweder Weltcup oder nichts und dann hat man es auf dem Weltcup Kalender getan. Jetzt setzt man mal für ein Jahr raus, wer weiss, vielleicht gibt es ein anderes Zeitfenster. Es wurde schon über März gesprochen, von der Witterungsbedingungen her. Rennen um am Fuss vom Matterhorn würden wir eigentlich nehmen. Das ist schon die Kulisse für das Schuh. Von dem her schade. Schade irgendwie, ja. Aber mir fehlt der Vergleich, weil man es noch nie wirklich erlebt hat. Wenn dort gefahren wird, die Umstände vor Ort sind schon schwierig, wie der geschätzt Masel Wepern auch schon in einem persönlichen Gespräch mitteilt, wenn es zur Mappe ist oder dort hoch gehst mit dem Gondoli, bist du eben noch nicht dort, wo du ziehen musst. Es geht dann recht lang, bis es tatsächlich in dem Zielraum ist. Mühsame Angelegenheit aus sehr vielen Gründen. Aber gut, das geht zuschauer schlussendlich nichts an. Aber man würde gerne mal das Rennen sehen. Ist es dann so, dass man im März sind die klimatischen Bedingungen so, eher könnte fahren als im November. Eine gewisse Höhe hat das dort schon. Das ist ein Problem, das im November scheinbar schwieriger ist als im März. Man müsste es testen und herausfinden. Ein Argument war, dass man die Saison verlängern nach vorne Die Ski-Industrie will. Ihre Produkte verkaufen. Das gehört man endlos immer wieder. Darum wird ja auch im Oktober in Sölder gefahren. Ist das tatsächlich eine empirische Wissenschaft, dass man sagen kann, wenn man die Rennen fahren in Sölder im Oktober, gehen die Leute schon Ski-Ausrüstungen kaufen? Das sagt die Ski-Industrie, das sei so. Michelle Gysin gelesen bei uns im Interview mit unserem ebenfass sehr geschätzten Kollegen Matthias Germa, der sagt, vielleicht müssen man sich dann auch Schneefall unterworfen ist, wenn gefahren werden kann und wenn nicht, vielleicht gleich Gedanken machen. Und andere Wege finden, die Leute heiss machen zum Ski-Fahren. Die Diskussion ist eröffnet, ist es schon lange. Felix Neureuther z.B., der immer mal wieder öffentlich redet und auch etwas kritisiert und den Ski-Wag generell. Ja, es wird sicher nicht da sein mit der vorläufigen Streichung von Zermatt aus dem Kalender. Apropos Streichung, der ZSC hat links und rechts Match gestrichen, und zwar weil er einfach zu gut ist. Zuerst hat man natürlich Playoffs geschafft, nicht in die Play-In-Runde. Jetzt hat man 4-0 Biel abgefertigt. Das heisst, man kann zurücklehnen und zuschauen, wie die Konkurrenz versucht, die Viertelfinalserien hinter sich zu bringen. Konkurrenz gegenseitig dezimiert. zum Teil in der Serie geht es zu und her, da werden nicht mehr alle an Bord sein, nachher eigentlich eine bequeme Lage. Aber wird also ein bisschen Ferienstechnung nicht. Es geht ja gar nicht. Nein, vor allem bist du nicht in dem Playoff Fieber drin. Das ist das, was ein Witz ausmacht. 4-0 gegen Biel war höchstens Bodenwellen im Halbfinale. Das fehlt dir dann halt ein bisschen. Irgendwann musst du auf Betriebstemperatur geholt. Das kannst nicht, wenn 10-Tag-Pause hast, 4-Spiel wieder 10-Tag-Pause fährst wieder neu an. Gefahr ist, dass du auf einen Gegner triffst, der abgehärtet ist, abgerüttet, voll im Wettkampfmodus und bis du selber so weit bist, weisst gar nicht wie das richtig geschieht. Da geht es darum, die Härte anzunehmen, die die schon drin haben. Andererseits hast du keine Verletzte, ausgeruht und klasse hat Zürich. Mir fällt es wirklich schwierig, herauszufinden, was ein Vorteil ist und was nicht. Man hört immer Argumente auf alle Seiten. Die, die Pausen sind, sagen, es ist besser, Pausen zu haben. Die, die durchspielen, haben logischerweise das Gegenteil. Wahrscheinlich beides gut. Ideal wäre, wenn man ein bisschen Pause hat und ein bisschen durchspielen können. Das geht leider aber nicht. Aber wenn ich auswählen, früher auch viele Playoffs gespielt, würde ich immer durchspielen. Pause möchte ich nicht, weil Pause genug im Sommer ist. Den Rhythmus finde ich fast wichtiger. Aber wenn du viele Verletzte hast, fehlen, nützt dir der Rhythmus auch nicht viel. Eine ideale Welt würde bedeuten, dass du durchspielst, aber nicht müde und verletzt bist. Stichwort ideale Welt. Wir machen nächste Woche Pause, wenn es recht ist. Erst Woche ist nicht der Grund, also das ist zwar das Datum, aber Ostermäntig. Und dann suchen wir irgendwelche Hosen. Das ist eine komische Welt, dass Hockey gespielt wird, das weiss ich. Fussball auch. ZSZ-Lions haben wieder ein Spiel. Aber gegen wen? Das wissen wir noch nicht. Aber am 1. April, ob es das Ostermäntig ist oder nicht, wird auf jeden Fall Hockey gespielt. Aber unseren Podcast machen wir nicht. Nein, wir müssen schütteln und sitzen an diesem Tag. Also, das ist ein Argument. Wahrscheinlich darum, wir danken fürs Zuhören. Ich bedanke mich. Wieder Ade. Pro und Konzer. Ich bedanke mich.